Der Oberbürgermeister von Hannover legt Hand an, durchschneidet das blaue Band zur Eröffnung des Maschsee-Festes hier im Herzen von Hannover. Und jawohl, damit ist die symbolische Geste gemacht. Das Maschsee-Fest ist eröffnet mit viel Getrommel und mit illustren Figuren, die etwas an Karneval in Venedig erinnern. Aber wir sind nicht in Venedig, sondern hier in Hannover am Maschsee. Ja, und wie Sie hören, die sind alle gut drauf. Tolle Figuren, tolle Stimmung. Und das wird jetzt noch einige Wochen hier anhalten. So ist der Plan bei der Eröffnung des Maschsee-Festes. Das Posing der Figuren vor den Zuschauern. Wer sieht schon mal leibhaftig eine Meerjungfrau? Wer sieht schon mal leibhaftig solche Fantasiegestalten? Und wir schwenken jetzt noch mal auf den Maschsee rüber. Noch mal an der Meerjungfrau in der Muschel vorbei. Im Hintergrund jetzt der Maschsee in Hannover bei tollem Wetter. Es wird ein schöner Abend werden und ich verabschiede mich hiermit von den Zuschauern von Weserbergland Nachrichten und von Maschsee Radio und wünsche noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.